Hallihallo und willkommen zurück bei 70s to 3, Nacht 14, wir stehen, ja grüß euch, da kommt schon der Erste geflogen und Hex. Ah ja. Oh ja, schau mal, wie sie fliegen. Tut sie da drüben mehr? Ja. Ich komme da rüber. Der Spider, oh, fetter. Der Spider huscht drauf. Okay. Okay. Ist er hier oben, oder was? Nein. So. Okay, da geht es ja dahin. Falter, Falter. Ich erwischte es beide nicht. Kannst du bitte auf meiner Seite zerticken? Ja, ich schieße eh auf die. Ich schieße auf die, die unter mir sind. Ich stehe da in der Ecke. Ah ja. Ja. Der Spidey ist da irgendwie. Ich glaube, der Arat, der hängt da. Noch einer. Los. Ah, Junge. Ja, die bewegen sich zwar, aber ich bin mir nicht sicher, ob es. Ich dachte, jetzt habe ich mir ein bisschen was tut. Soll ich runtergehen und heroperieren? Der erste V-Block-Spaque kommt, der Tür ist weg. Okay. Ich mag die nicht. Ich mag die auch nicht. Ich mag die auch nicht. Nein. Super 6. Das ist doch noch gut klar. Ah, dicke Mama. Pfui. Okay. Da geht's, weil das klar ist. Ah, der kommt rauf. Was ist denn? Ist auch nicht da oben. Nein, nein. Er ist eh wieder unten. Er kommt rauf vor dir. Ja, das ist die Spidey, oder? Ah, ich habe mich nicht geschaffen, wenn der D-Saggert. Wow. Äh, looks like some chill. Soll ich reparieren? Nein, nein. Jetzt sind Hunde auch runter. Ja. Aber die D-Saggert. Ja. Aber die D-Saggert. Ich muss nicht so fangen. So. Ah, endlich der Dicke weg. So. So. Ich habe einen entscheidenden Fehler. Ja. Bin nochmal rauf da. So. Oh mein Gott. Zappel, Philipp. Ja, da steht drüber. Da ist schon wieder so erleuchtend, dass beide, also was die sollen. Also unter diesen zwei, wenn du das meinst. Die haben wir nicht gesehen. Na, der kann Bound-Probleme gehen in die Kacke. So, wir haben sie die schon mit unten durchgearbeitet. Gut, dann kommen wir mal weg. Glaub nicht. Was ist das? Dann können wir mal nachschauen. Es fehlen heute einige Spikes. Oh. Oh, oh. So, ich schieße ihm vorher rücken an. Okay. Die halten was aus. Ich sollte mal Platz wechseln. Okay, es kommen jede Menge. Ist ja fantastisch. Alter, Spukerleuchtender. Pass auf. Äh, ja. Okay. Der erste Kopfschuss. Der zweite. Voller von Spuker. Ich drücken. Dann ist weg. Okay. Okay, wir haben ihr einiges zu reparieren. Ja. Mir scheint. Der Spuker muss weg. Das gibt's ja nicht, was hört der aus. Ach, ich habe immer die falsche Waffe im Anschlag. Genau, weil sie nicht der Schaden hinten weg. Ja, eigentlich. Weg ist er. So, und für die, der ist der Fall gelaufen. Ich habe Sorge. Aber der macht wenigstens nicht viel Schaden. Oh, meine Muni ist leer. Shit. Bei was? Bei der Schadenflitter? Ich erwische das beides nicht. Die sind so blöd in dem Fall. Ich schieße ihm jetzt einfach im Rücken mit dem Tor am Brust. Aber Wahnsinn, was die Leuchtenden aushalten. Dass die schlucken, gell? Ja, das ist irre. Ach, shit. Ich glaube, da ist er. Ja, ist ihm. Gemeinsam wieder auf dem Spuker. Glühwählchen. Glühwählchen. Okay. Wir müssen da wirklich aufrusten. Weg ist er. Ich stehe bei mir nur kurz, dass da keiner rein kann. Zwei Woodframes, falls einer durchbricht, vor allem. Mhm. So. Ich verstehe den da, sagen wir mal. Ja, ich habe auch zwei solche. Unfassbar. Ich schaue einmal unten, wenn ich irgendwas reparieren muss. Ah, da kommt einer. Jetzt würden wir das Material nicht mitmachen. Vielleicht kannst du ja von unten durchschießen. Ja. Ach Gott, was da noch so herumbräuchte Hund. So, wir müssen da durch. Wir holen mal das Eisen. Ja, die sind jetzt. Mit Pflasterstämme. Ah! Ist er nach oben, oder was? Der wäre fast draufgekommen, ja. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, woher geht es schlägt. Das ist so grauslich. Das ist da, oder? Oh, da haben sie schon wirklich welche weggeschaut. Oh, da haben sie schon wirklich welche weggeschaut. Oh, ja. Oh, er ist oben. Er ist oben bei dir drüben. Ich habe nur noch den Confirmed. Der Ralf. Oh ja, ich sehe ihn. Oh ja, der wird dort bei dir. Okay. Wir müssen dringend alles aufwerten. Oh, du Kacke. Ist er bei dir? Ja, ja. Ich laufe mir nicht im Kreis. Ja, das ist auch nett. Ich probiere da einiges. Da kommt noch was geflogenes. Das gibt es ja nicht. Du musst auch weg. Also die Leuchten sind ja komplett verpackt. Mhm. Ich freue mich zwar darüber, dass er keine Wegfindung hat. Ja, ich gehe mal da rundherum, dass es woanders ist. Okay, da sind auch welche runter. Da, wo ich verstehe, gibt es ja natürlich keine runter. Naja. Ich sehe das jetzt mal relativ locker. Oh. Wo? Wie schnell erleuchtend etwas bei mir ist. Ich habe drinnen auch. Wo? Wo? Bei dir drinnen? Nein, nein. In der Arena. Okay. Wir sind einfach noch zu wenig. Ah, da ist er. Alter! Ah! Ah! Ich habe ein gebrochenes Knie, darum bin ich so langsam. Scheiße, ich habe keinen Splint mit. Was brauche ich denn für einen Splint? Ah, Stoff, Holz, glaube ich. Läuft er noch rum? Ja klar. Stoffwetzen, Holz, Kleberband, das habe ich nicht. Ach du Kacke. Ich bin irre langsam. Okay, soll ich ihn locken? So. So. So, wir machen mal was unfaires. Stell ihm da die Frames auf. Also, wo ist der Schluck, dieser Leuchtkiefer? Ja, ich habe leider nur noch... Hm. Ja, zumindest hören sie dann gleich zu laufen auf. Okay, keine Munition mit Glanderbuss. Okay. Ich arbeite nur noch mit meinem grauen Compound. Also, jetzt wissen wir, dass wir extrem viel Muni brauchen. Großes Gebäude, viele Zombies, viel Munition. Ja, ich habe ihn. Ja. Okay, ich habe da den Feral noch immer nicht. So, ich komme. Okay. Der meinige ist erledigt da. Wo ist jetzt noch einer? Ah ja, da. Und der Bier ist angekommen. So, jedenfalls ein Spider. Und jetzt ein Spucker. Und noch ein Spider. Der ist fast zu dir rauf. Ich gehe da seitlich. Die sollen da vorkrabbeln. Ich habe nur 33 für das Jagdgewehr. Ah, okay. Kümmern wir mal um den Bullen. Achtung, unter dir ist der Spider. Der rechterne. Zwei sogar. Den... dem brauche ich dir... Wurstenzucker. So. Okay, der ist extra. Der Spider ist bei dir. Ja, sehen. So. ... Okay. Wo ist der Aushalt? Das saugend... Wieder rauf. Und schon wieder. Oh. Schon wieder. Zwei. Oh, okay. Das war jetzt noch. Oh. Ich hab leider viel Blunderpasta aus. Ja. Ob die wenigstens Schaden für mich hat. Ja, ja. Vor allem, wenn du ganz nah bist. Die hat eine Wahnsinns-Streuung, ne? Die hat eine Wahnsinns-Streuung, ne? Aber jetzt ein paar Blöcke weg von dir sind, bringt es kaum mehr was. Darum haben wir den Wolf natürlich. Ach so. Die nimmt es vom Schaden her. Ja, ich glaube, der Spidey weiß. Da ist noch immer ein Hilfschuss, sag ich noch. Ferala und jetzt wird es weiter. Ach Gott. Der eine liegt, ist der andere. Aber er leuchtet noch. Der ist genau unter dir. Ah, er klappt nicht mehr. Da hat es gerade die Füße geklappt. Wow, der Boden ist fast kleiner. Siehst du's? Ja. Ja. Der ist nicht. Aber ich glaube, du kannst schon mal runter und soll ich bringen anfangen. Okay. Der bleibt nur da nicht. Das wird da nicht gut sein. Hier ist er. Ja. Ups. Ja. Ich würde immer nur Spikes brauchen. Aha. Okay. Ja. 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 Dann reparieren wir. Ganzmal. too. Da sehen. Ah ja. Ich vermischen glaube ich. So, jetzt noch das Gewehr Robin, das gibt es ja nicht was, was der hergibt Oh, da ist ja noch ein grüner Was ist denn eigentlich der? Ist das ein Pharao oder? Hm, so Ah, ich stehe da jetzt unter ihm Kriegst du ihn unten? Ich schau grad, wo er genau ist Ah, das könnte sich ausgehen Es gibt nur neun Pulitzer Da ist immer ein bisschen Fussi Ja, das könnte klappen Willst du, was frisst denn so? Was nimmst du zum Frühstück? Kann ich das auch haben? Ja, man muss dazu sagen, der Compound ist grau So, das wäre mein letzter Anpostpult Schau mal, ich hab was effektiveres für dich Der hat da den Ding schon weggehalten, oder? Ja ok, hilft nichts, da müssen wir reinzwingen Ein paar Meter nur noch unten Mhm Nein Der Haar ist nur zusammen Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn erwische von da unten Ich schlage auf den ein wie eine verkranke Kuh, keine Ahnung Ja, das Problem ist, da ist nichts mehr, wo er Schaden kriegt Mhm So, ich bin aber fast bei ihm Ich schau grad, wo er liegt, wo er Munition hat Aber... So, dann nehmen wir den da weg Oh, jetzt kommt der zu mir Ok Ehrlich gesagt, hätte ich nicht einmal ein Problem damit, wenn du mir da folgst Aber dann habe ich dich zumindest von da raus Komm rauf da Wo ist er? Er krabbelt grad auf die Hutfrau, die ich aufgestellt hab Achso Ich bin ja genau unter ihm Aber irgendwie... Gut, da kann ich ja durchschießen Naja Ja Ja Wir werden auf jeden Fall die Folge teilen Wir sind schon relativ Gut, ich geh nach oben Waaah Waaah Fuck Fuck, fuck, fuck Welches Fuck ist, meinst du? Waaah Also ich habe keine Ahnung, ob man den überhaupt Schaden anrichtet Es ist irre, was der reinsteckt Wo ist es? Er krabbelt grad auf meine Hutfrau Ah, da Okay Komm rauf da Ah, du bist so unfähig Ja, ich kann nur Steinpfelle Ich kann hier unten erstellen Siehst du, das wäre natürlich auch noch los Da können wir gar nichts haben Polzen Was? Hm Polzen mit, äh, wo ist es? Mit Stein gibt's keine, oder was? Ja Du kannst nur einen Bogen machen Naja Er folgt mir Lebt er noch? Ja Ja Aber er krabbelt jetzt über die über die Spikes drüber Das ist ja nett Ja, ich glaube jetzt hat er es gleich Noch sprüht er Funken Komm her Ja, er bewegt sich nicht mehr Na gut Ich glaube es hat ihn Ich komme zu dir rüber Gut Und darunter Ah, bis dahin Ja Das war's mit dem Tag 14 Und er krabbelt noch Ah ja Ja, aber es geht jetzt durch die Spikes Es geht zu Ende Also das sind seine letzten Zuckungen Okay Gut, dann sehen wir uns Wenn wir das da alles wieder Generalrenoviert haben Am Tag 15 Mhm Gegen Mittags Also dann, tschau Bis zum nächsten Mal